ja hallo meinen lieben hier haben wir eine schöne wohnung zu vermieten die wohnung hat drei zimmer und ist im stadtteil machmuttlar und die wohnung ist bezugsbereit müsst ihr halt alles zulegen und kaufen hier ist der eingangsbereich und alles schön modern wir haben im vierten stock eine wohnung und im dritten stock haben wir eine wohnung und hier in diesem schönen gebäude und acht minuten zu fuß zum strand entfernt und balkon ist auch schön groß hier haben wir das bad und ja wer lust hat und sie sehen will soll bescheid geben dankeschön auf wiederhören